Morgen. 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 Ist das heute ein herrlicher Tag. Herrlicher Tag. Herrlicher Tag. Kühler war frisch. Frostig und schön. Knackig und klar. Schneidige Luft. Prickelnder Duft. Wie das gefällt. Am Gipfel der Welt. Endlich mal ruhen. Da stimme ich zu. Urlaub gebucht. Lange besucht. Irgendwo schön. Fahre nach Blöden. Klima ist seicht. Jedes Jahr gleich. Macht es sich leicht. Wir sind im Mai immer dabei. Monte Carlo. Holla di hi. Holla di ho. Das schon gesehen? Was ist geschehen? Steht, dass ein Kerl nahm sich ein Girl. Gin mit Campani, sie Larifani. Trübe und trüber lag sie im Sarri. Ihm gegenüber. Voll und gegenüber. Weg zum Schalch Ehm hier. So ist's geschehen hier. Sie war verletzt. Darf sowas gehen hier? Was sagt ihr jetzt? Ich bin entsetzt. Oh, das ist fies. Sowas von mies. Dämlicher Schrott. Mir wird ganz gut. Wirklich nicht flott. Gib mir den Kühen. Keiner will's wissen. Von diesen Mietzen. Musen und Röckchen. Schlüpfer und Säugchen. Orchen und Drogen. Was für ne Zeit. Moral ist verbogen. Das geht zu weit. Mir wird ganz heiß. Seit ich das weiß. Ich mach mich frei. Ich bin dabei. Gib mir einen Kuss. Auswärtses Schluss. Halt dich zurück. Sie ist mein Glück. Komm mit zu mir. Ich wär zum Tier. Ist keine Art während der Fahrt. Jetzt ist die Zeit. Ich bin soweit. Ist das gescheit? Ich will einen Kuss. Welch ein Genuss. Es ist ja wirklich sehr unangenehm. Eigentlich ist das nicht mein Stil. Ja, wissen Sie, meine auch nicht. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Meine Wurstbrote sind platt. Wo wohl der Kollege Hedderway seine Pausenbrote aufbewahrt und ob er sie sich selber schmiert? Tschüss.